Warum nimmst du überhaupt noch eine exotische Brust? Warum nimmst du überhaupt noch eine exotische Brust? So, jetzt habe ich mir eine Anfrage gesendet, dann fangen wir weiter. So, jetzt habe ich mir eine Anfrage gesendet. Das ist doch echt zum Mäusemelken. Ich will kein Mensch nicht sehen. Nein, das kriegst du nicht. Wenn sie aufgelevelt ist, kriegst du zwei. Bis zum nächsten Mal. Also, ich habe keine drin. Ich habe nur die Exoschuhe drin. Weil die Exoschuhe sind top für den Warlock. Naja, das kommt drauf an. Aber wenn du ein geiler Horn hast, dann brauchst du eigentlich nichts anderes Exotisches mehr. So, was haben wir denn jetzt noch da? Gut. Gut. Drei, fünfer, sech. Dann holen wir die rüber. Warum komm jetzt hier nicht auf das, was ich will? Okay. Das ist wahrscheinlich wieder da. Gut. Amen. Was brauchen wir denn jetzt? Eigentlich nicht. Die kann ich eigentlich zu links, zu krampf. Jetzt habe ich die gleiche Waffe, ist ein Schmarrn. Ich liebe die. Nein, ich spüre das Kernstück ganz gern. Es hat halt zwei Schuss weniger, aber es ist vergleichbar. Ja, der Nachfolger. Jetzt fehlen wir ja noch bei... Jetzt sehen wir jetzt, wie viele Punkte noch. 40 Punkte fehlen noch. Dann habe ich ein Level Up bei ihr. Und wenn wir noch 224 Gewässer gesagt haben. Unmögliche Route. Okay. 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 Wenn wir ihn kennen. Wenn wir ihn kennen. Okay. 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 queue. Okay. 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 So I'll... Okay. Ich habe es auf eine leichtere Sache geholt, ich habe die alte Kustoff zerlegt, ja aber das ist ja nicht schwer. Vielen Dank. Da ist der Shader. Nanopoesie, Fleisch, der kommt aus dem Raid, genauso wie Fleischfarben, der ist auch nicht schön, ne, gefällt mir auch nicht. Da schaut der Knochenmark aus, der zum Taitenbaschen, der Knochenmark, der Wirbel jetzt. So, und dann löscht man ihn wieder. Das finde ich auch. Das war's. 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 Mal schauen. Bei manchen kriegst du eine Augenkrebs. Nein, momentan sind wir im Turm. Ich werde ein paar heroische machen. Ich muss noch für meine Fraktion Beutezug nach 8 abschließen. Schauchon, den habe ich zwar jetzt eingeladen, der wird wahrscheinlich nicht an der Konsole sein. Und Ried. Du wärst ja auch. Ich weiß nicht. Das war's für heute.